Wir hatten ihn davor als Gegner. Nein, da bin ich nochmal. Ne, aber der Braxel, der ist wohl als Gegner dabei. Kennen wir den? Ja, der hat mal eine Runde davor dabei. Blajenny. Holtsugamin. Gamin G. Muss ja entsprechend der Groß-Kleinschreibung sprechen. Holtsugamin G. Ja. Wir haben den Grenzer. Alter, was sind das für Namen? Azrael, ist er noch okay? Auf holt es das ja Azrael. Warte mal. Azrael. 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 Schön, Brunnenjagen gehen. Hopp, hopp. Ich habe eine gesehen, ich habe eine gesehen. Und getötet. Ich habe eine Brune getötet. Ist ja ein biologisches Wunder. Ich weiß aber nicht, ob ich noch eine finde. Dann nehme ich nur eine. Ich werde hier in der Zeit entdecken, aber es muss ja eine sein, ja. Habste? So ist brav. Ich schieße jetzt extra nicht auf die, damit du die kürzen kannst. Au. Jetzt hat er mir mal einen Spot hier weggenommen. Alter, ich katt mir gleich die Hose. Das gibt's doch nicht. Schön, der Curry-Bus. Ich habe eine gute Zeit. Kopp, bin ich. Kopp, bin ich. Absurd. Kopp, bin ich. Ein, kommen welcher? Ist Nordwestseite. Ich weiß, da komm ich her Cross tell me if you need any help Banana, I heard that Call you when he is peeking Bandit, peeking, stairs 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 Ash Erm, Termit, Termit Whoa Ah, I'm so fucked He is too Come on Ash, come on Yep Ich weiß nicht, ob hier noch einer ist, ey Keine Ahnung Einer ist oben Der andere ist gar nicht bei dem Raum Sehr gut Sehr gut Viel mehr zu führen Das ist der Gedanke Wollte zu schnell um die Ecke laufen, fallen sie vielleicht rein Müsste hier jeden Trick im Buch verwenden Mr. Bear, hör auf zu wackeln oder ich schieße die an die Fresse Okay, der andere ist gestorben, der kommt ja, aber da kommt der andere Da schafft er die Chance Aber ich wollte ihn hier noch in die Sicht feuern Hat voll geklappt Obwohl er sich die Türen zugemacht hat Ja Ich mein, gut, ist ja immer auch sauknapp gewesen, aber er hätte noch einen Jobs gehabt, ne? Ja An der Außentür, das ist schon gescheitert Er hat es ja nicht mal bis zur Innentür geschafft Er hätte es ja echt schaffen können, im Rennen reinzurennen und einen Lucky Hit zu machen Ja, ja, ja In der Tat Was ist der in der Tat? Hm Oh, ich, wo habe ich denn 100 Punkte hergekriegt? Ich hatte auch viele Minuspunkte Ach, für einen Sieg, ne? Du bist halt besonders dramatisch gestorben, gibt extra Punkte Ja, oder? Siegpunkte vielleicht, die wir gewonnen haben? Ja, rund ein Sieg oder so, das kann sein Ja Kann natürlich auch sein können, dass der, wenn der andere vergibt oder so Aber da kriegst du auch keine Punkte, dann kriegst du halt die Obwohl, kriegst du die Minuspunkte dann nicht, oder kriegst du nur Kann er nur entscheiden, ob du gebannt wirst oder nicht, oh Der kann nur entscheiden, ob du diesen Schadensreflektor kriegen sollst, glaube ich Hm 10 Sekunden zur Spielzeit Den kannst du, dass sich einer wichsen Doors open in 5 Einer will im Westen raus spawnpicken, habe ich doch Wer, oh, wer Was Mr. Bear The heroes couldn't wait any longer Wer, oh, wer Is Mr. Bear Kommt mal zu, wie er die, finden die hintereinander an der Leiter und der obere bleibt stehen Und das ist alles so traurig Also ich würde sagen, Matratzenraum irgendwo in der Gegend müssten sie sein, weil da Ja, ja, da sind sie auch da wahnsinnig Cockpit clear Wie sieht's aus? Hier oben ist frei Erstmal, zumindest der Anfang ist frei Oh, ich höre ein Ja, aber hier oben ist er nicht Kann sein, dass er unten läuft Ist das ein Claymodell hängen ganz? An die Treppe Ja, ja, genau So Sehr gut, dann können wir den ein bisschen vorrücken jetzt Er ist laut Du bist laut Das tut mir aber leid Kapcans coming Scheiße Was hilft? Where the fuck are you? Hier ist nicht mehr zu helfen, ey Oh, hier oben ist einer Wie ist denn der Claymodell vorbeigekommen? Irgendwo anders hoch Egal, war ein Gadget kill Ah, fuck Nur ein letzter Freund war left standing The Mimis had beaten the Rainbow Pals Oder langsam mal vorrücken Kapcans fallen checken, ey Du weißt ja, dass er immer Kapcans haben Das war wieder so eine Durchsage Das ist so ein Non-Smoking Flight Sorry Smoke Ja Sehr schön Aber er darf trotzdem an Bord Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, die Zeiten, wo du da noch rauchen durftest Außer beim Start und bei der Landung durftest du ja früher ganz nochmal rauchen im Flugzeug Ja Und dann war eine verkackte Raucherbude da, ne Es war Zeit, um die Rune zu beschützen, um den Mr. Bear sicher zu halten Oh, das ist ja auch geil Wie, ähm Ich sag mal, zum Beispiel Röhrenmonitore Die haben unter das beste Schwarz gehabt, oder so wie gesagt Das habe ich nie geglaubt Weil die Bildqualität einfach immer scheiße war Das haben wir schon zu 90% daran, dass sie früher auch wirklich in den Studios bei irgendwelchen Shows gebraucht haben Weil das aber so verbraucht war, dass die Bildqualität nicht scheiße sein musste Ja Hier ist mal einer, ist ein Grund, oder? Ja Bei der Geisel So Die war so früh Hier fehlt eine Wand Äh, warte, warte, warte Hier, hier, da Ja Da kann ich die noch verstrommen, ich bin die schwerer Hand Und ist coming Sehr gut Okay Ich weiß nicht, welche davon halten sollte der jetzt gestorben ist Ach, der ist rausgerannt Ja Ich bin die Ich bin die Verdund gestorben Nein Ich bin die Treppe unten, Gunnar Ja Ich bin die Drohne hoch Ich bin die Drohne hoch Ich bin in der Kamera Ich sehe die Treppe Der hat gerade eine Flashbang reingeworfen in die Küche Ist jetzt auf Ja, ist fast oben, ist fast oben, da versucht sich die Wand auf mich zu schießen auf die Kamera Ist am Gang Zwei am Gang Komm in die Küche Küche Du hast es aber gekriegt, du hast ihn gekriegt Ja Ja Du hast die Schmutzflinte war Ja Alter Der Teig ganz schön aus hier, der Schlau Da wäre ja noch Frustfallen drin gewesen Das ist zwei Stück gemacht Das ist relativ dicht beieinander die Türen Das schleudert ihn die eine Explosion mitten in die andere rein Schade, meine Fallen wären drin gewesen, hätte ich vielleicht noch ein Gadget kill kriegen können Schade, schade Das ist aber langsam gierig Hm 12 Und los Aber wo ist Mr. Bear hiding? Wo versteckt sich Mr. Bear? Was sind diese Fragen? Alter werde ich die Mr. Bear Ansagen vermissen nachher, wie ein Modus vorbei ist Ja ne Das ist schon extrem Irgendwie Die könnten ganz Das ist geil Ich könnte ein ganzes Spiel mir in dem Stil so vorstellen, müsstigerweise Ja Wann ist der Bear schon? Ne Halt er die Schmutz, ja alles so gut ist man Ja, der ist vorne im Dings äh Ja Schönes warm Where oh where was Mr. Bear? The heroes couldn't wait any longer Nooo Gut, dass ich beim Olympischen Spielen beim Speerwerfen war Geradeaus zu direkt Das sind zwei Stück Und einer ist im Büro Einer ist immer noch im Büro Ich bin tot Das wollte ich durch die Scheibe schießen, hat aber nicht funktioniert Das sind meine Einschüsse, siehst du? Da wollte ich hier auf ihn schießen Hehehehe Ah, traurig Der schießt da ordentlich an der Wand Ah, wenn er Spaß dran hat Dürfte Doch Ichира Schießt auch auf die Scheibe Spass, unel spilt Aber die denken einfach alle nie an Kapkanfallen ist zum schießen ich kann ihn ein hier festnageln aber ja mach mal was ich hab mit dem anderen hier drüben auf der anderen Seite ist eine ich hab den Kopf geschossen oder nicht Alter das gibt es nicht das war so perfekt den letzten da festgenagelt gehabt die sind schon in drei Kapkanfallen reingerannt dann guckt man doch mal wenn wir es verteidigen können hätte ich eine Chance auf Drohnen aber nicht mal das das ärgert mich jetzt ja wundern mich eigentlich was sind bei mir mehr ins Gesicht ja ich hab ja wie zweimal den Körper und einmal den Kopf oder so getroffen aber ja Schulter-Schulter-Kopf-Brust umgekehrt ich bin schon in Richtung zwei mal eine Brust einmal einen Kopf wir sind immer vorne das ist der Sam spot 10 Sekunden bevor du spielst. Da ist die Lücke. Es ist gut gesucht. Es sind nur 5 Sekunden. Ich habe gerade gedacht, hier gab es doch irgendwo eine sichere Ecke. Let's save Mr. Bear! Blackbeard erklärt, aber where to find him? Boah, der rennt auch einfach hin ohne zu gucken, ey. Okay, rennt wieder her. Go away, go away! Nein! Sadly, Mr. Bear would later die of stitching related injuries. Du bist für ein Vollidiot, ey. Melden. Welcher war das? Der Grenzer. Und dann sagt er noch zu mir, go away, weil ich mich damit bettel, damit er seine Granate werfen kann, um die Geisel zu töten, ey. Alter, was ist das für Leute? Oh Gott. Ist doch klar, dass die Geisel da in der Ecke ist, ey. Traurig. Traurig. Ja, ziemlich. Äh, noch neun. Ja, das ist ja ungefähr, weil ich heute angefangen habe. Das ist ja noch machbar. Ja, also noch drei Stunden danach habe ich es. Wie ist da? Ja. Vielen Dank.